Ja, das Ding ist over, Jungs. Digga, Macro steht immer noch auf A, Bruder. Was willst du da? Ich habe gerade überlegt, was runtergefallen ist. Bruder, ich habe da eine Vermutung. Na, da haben wir doch einen Blackout, oder? Stromausfall. Bro, lahm Arsch. Dude, ich habe dieses Game einen fucking Monat nicht gespielt, haben die irgendwie alle fucking Voicelines gechanged, Digga. Wie findet ihr euch den neuen Agenten, Sugon? Der hat noch nicht gespielt, ist ja cool. Sugon? Ich habe den noch nicht gespielt. Oh, oh Mann. Es ist Sugon, die ist letztendlich. Boom! Let's go! Let's go! Who is this guy? Oh, tatsächlich nicht. Ich bin leider gerade krank. Aber ich war bei meinem Doktor Ma. Kennst du den zufällig? Ma was? Ma balls. Ups. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Digga. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao.